Seine Kinder haben sich den Skars angeschlossen. Scheiße. Tja, das Gute ist, wir haben die Schlüssel. Was ist los mit dir? Er ist ein Skelett, er braucht sie nicht mehr. Ich versteh's einfach nicht. Wieso schließt man sich freiwillig den Skars an? Wieso nicht? Weil dieser Kult wahnsinnig ist. Deswegen. In den Quarantäne-Zonen gelten die Fireflies als Terroristen. Fanatiker. Wir waren naiv, aber wir waren nicht fanatisch. Wir haben Kontrollpunkte gesprengt und Soldaten ermordet. Das ist nicht dasselbe. Ich sag ja nur... Sag solches Zeug ja nicht im Stadion, okay? Okay, schon gut, schon gut. Okay. Okay. Meinst du, das ist die Familie vom Boot? Würde ich sagen, ja. Probierst du die Schlüssel? Oh, ja. Den hier? Nee. Wie wär's mit... Geschafft! Krass. Das Malen muss ewig gedauert haben. Sag bloß nicht, du willst da runter. Komm schon. Owen. Das war's dann. Versprochen. Das war's dann. Einfach nicht runterschauen. Geh schon. Geh doch. Sieh dir die an. Würde den Jungen gern kennenlernen. Ich mein, er ist ein Ska. Hast du vielleicht. Scheiße. Hoffentlich nicht. Solide Festung, Max. Sehr gute Arbeit. Wow. Komm hier rein. Wow. Ja. Siehst du das? Sie sind wirklich gepunktet. Ja, ja. Geht es dir zu schnell? Nein. Ist es das? Es ist das, oder? Du findest mich abstoßend. Komm schon, Abs. Es tut mir leid. Hey, sag das nicht. Ritt mit mir. Ich weiß, alle Spuren sind kalt. Aber... Joel ist immer noch da draußen, weißt du? Ich weiß. Was soll ich tun? Gehen wir zurück. Wir können weiter trainieren. Geh schon mal vor. Was ist mit dir? Ich werde noch eine Weile bei den Robben bleiben. Es tut mir leid. Ich sagte doch schon. Sag das nicht. Was, wenn Owen woanders ist. Er ist dort. Gehen wir vom Dach runter, bevor uns jemand sieht. Kann ich dir das ausreden? Nein. Wir wissen nicht, was passiert ist. Ich muss sie finden. Ich meine, wenn er Danny getötet hat. Scheiß auf Danny! Schade, dass Owen ihn vor mir erwischt hat. Woah, Abby. Es ist echt nett, dass du mir hilfst, mich wegzuschleichen. Wie willst du zum Aquarium kommen? Auf dem Highway? Geht nicht. Zu viele Patrouillen. Sie würden mich sehen. Improvisiere. Das Aquarium ist westlich von hier. Ich folge einfach der Sonne. Ich begleite dich. Ich weiß, was ich tue. Es sind zu vieles Gas in der Gegend. Manny, bitte. Na gut. Wie du willst. Wie du willst. Wusstest du, dass hier jemand wohnt? Was ist das? Oh, nein. Dein heißes, spanisches Flüstern? Hey! Das ist privat. Oh mein Gott. Das hier ist deins? Sag mal, wie viele Liebesnester hast du eigentlich? Okay, pardon. No hablo ingles. Hey. Danke. Du bist ein guter Freund. Komm schon, Abs. Du weißt, ich hab's nicht so mit Gefühlen. Oh, nee. Ich hab's nicht so mit Gefühlen. vehicles nicht so mit Gefühlen. Okay, wünsch mir Glück. Wenn du ihn findest, schlag ihn nicht zu fest. Ich geb mir Mühe. Im Ernst, pass gut auf dich auf. Bis dann. Okay, Richtung Sonnenuntergang. Okay. Tut. Was stinkt hier so? Was ist das? Okay. Ich steige über die Mauer. Oh, cool. Oh, shit! Das fängt ja gut an. 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 Ja gut an. Das fängt ja gut an. 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 Oh, come on. Ja. Ja. Das war's. Ja, das war's. Mhm. Das war's. Ja, das war's. Mhm. 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 Verdammter Mist. Braucht mir einfach vom Leib. Ja, ja. Mhm. 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 Ja. Ja. Oh! Okay. Und ... Ihr wollt Frieden? Kein Thema. Bleibt auf eurer Insel. Sie ist keine gute Fee. Okay. Immerhin mal eine praktische, bitte. Okay. 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 Vielen Dank.